Musik Zieh das Boot aber an. So, jetzt kannst du einsteigen. Ihr seht, wie der so wackelt, das ist die fürs Großsegel. Und das Vorsiegel hat zwei Line, das sind die blauen vorne. Das erklärt sich aber gleich, wenn wir draußen sind und hoffentlich ein bisschen Wind haben. Wir werden so ein bisschen da rüberfahren und uns den Wind heute suchen. Denn ihr seht da vorne, das linke Instrument, ist der Windmesser. Und der zeigt gerade unten den Wert True Wind Speed, also wahrer Wind, der gerade da ist, 1,3 Knoten. Das ist gar nichts. So ab 10 Knoten läuft das Boot richtig schnell und auch Höchstgeschwindigkeit. Alles vorher ist nett. Wir haben ein gutes Wetter heute, aber nicht richtig sehen. Musik So, jetzt machen wir mal ein bisschen vom Stehen weg, damit wir ein bisschen Platz haben. Und damit wir dann gleich in Ruhe die Segel rufziehen können. Das geht nur sinnvollerweise gegen den Wind. Abgehen. Genau. Zinnihen. Weiterziehen, weiterziehen. Helfen. Mit der Kurbel. Komm, zieh. Nur stramm halten. Jetzt ist Angelina dran. Klau. Ja. Start zur Wende. Klar. Ja. Oh, die Treppe schniffen! Das könnt ihr nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Oh, die Treppe schniffen! Die Treppe schniffen! Also, am Freitag!